Wenn ich die Wahl hätte, so dieses Leben jetzt gerade mit dem Workload und allem oder nochmal in die Schule, ich würde niemals, niemals die Schule wählen. Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben und ich glaube, das geht vielen so. Wenn Schule krank macht, ich dachte, wir gucken uns das einfach mal an, weil ich hatte schon ein paar andere Videos geguckt und fand die alle eigentlich relativ cool. Deswegen dachte ich, können wir uns das doch im Stream mal angucken. Wenn Schule krank macht, von Brust raus. Let's go. Habt ihr eigentlich schon wieder die Klausur zurückbekommen? Hm, ja. Und? Was hast du? Eine 4. Schon wieder? Und was hat dein Freund Philipp? Was fällt dir, eine 4 zu haben? Eine 2. Ach und... Philipp ist viel besser. Wieso hast du keine 2? Ja, so wird das nix. Wird ja wohl machbar gewesen sein, wenn Philipp eine 2 hat. Wirklich, nimm dir doch mal ein Beispiel an Philipp. Was soll nur aus dir werden, Kind? Du solltest wirklich mehr lernen. Ja, es ist einfach zu krass, dass wir in einem Video, wo es um Schule gehen wird, direkt mit einer Triggerwarnung starten. Triggerwarnung, Depression, Bulimie, Suizid, Mobbing. Das ist wirklich hart, dass das eine Sache ist, die man einleitend sagen sollte, wenn es um Schule geht. In der Wort... Strong Chat, kein Ton. Krassester Prank des Jahres. Ich finde euch krass. ...wie Depression oder Suizid stehen. Und ganz ehrlich, ich könnte auch wieder wie gewohnt... Übelst lustig. Wirklich Comedypreis. Chat, geht an euch. ...wohnt mit einem Witz starten. Das Ding ist nur, zu oft wird das Thema psychische Gesundheit in Bezug auf Schule belächelt. Und das darf nicht sein. Vor allem, weil das kein Thema ist, was erst vor kurzem aufgekommen ist. Es gibt schon seit Jahren Warnsignale. Depressionen unter Schulkinder nimmt in Deutschland zu. Du bekommst plötzlich Bauchweh, Bauchkrämpfe und hast einfach keine Lust hinzugehen und willst da nicht hingehen, weil du weißt, wenn du da hingehst, dann wird es ganz schlimm. Die Kinder leiden an... Ich weiß auch nicht, warum manche das immer noch machen. Ich rall's nicht. Es wird halt nicht lustig. Es wird nicht, nachdem es schon monatelang nicht lustig ist, wird es nicht wieder lustig. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ängsten, Depressionen, Panikattacken. Also das war vor allem von den Lehrern, dass sie mir gesagt haben, wenn du keine guten Noten hast, dann schaffst du es halt nirgendwo was im Leben jemals zu erreichen. Immer mehr Jugendliche verletzen sich selbst. Burnout im Kinderzimmer. Kinderzimmer. Die Hilferufe von SchülerInnen werden auch auf TikTok immer lauter. Die Hilferufe... Schule gleich Depressionen, ab Montag wieder elf Monate Schulstress. Die Hilferufe von SchülerInnen werden auch auf TikTok immer lauter. Das merkt man vor allem dann verstärkt, wenn die Ferien rum sind. Dann sieht man viele TikToks wie diese hier. POV, dein Leben sieht ab heute wieder so aus. Schlafen, Rauchen, Weed, Schule, Rauchen, Weed, Essen, Schlafen, Rauchen, Weed, Essen, Freund, Freundin, Rauchen, Weed, Schlafen, Rauchen, Weed. Und hier steht, wenn morgen die Schule anfängt, fangen auch wieder die Depressionen und der übertriebene Stress an. Ich will nichts sagen, aber links klingt gar nicht so schlecht. Nein, Spaß, 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 Spaß. Nee, es ist wirklich, es ist, nee, also jetzt Real Talk ist es sad, dass es so TikToks gibt, wenn die Schule wieder anfängt. Und das Traurige daran ist, ich fühl's. Ich kann mich noch sehr gut daran zurückerinnern, wie vor allem vor Prüfungen oder Referaten meine Psyche schon Tage vorher gelitten hat. Oder wenn Fächer wie Mathe oder Physik anstanden und man nur gebetet hat, einfach bitte nicht drangenommen zu werden. Ey, so sehr, so sehr, ich bin, Digga, es war einfach so ein Standardgefühl, sich abends scheiße zu fühlen, weil man wusste, der Tag neigt sich dem Ende. Und wenn so, gerade so, es war noch nicht mal dunkel, sondern einfach nur so, okay, die Sonne geht langsam unter, kickte so dieses Scheißgefühl rein von, okay, bald ist der Tag zu Ende. Das heißt, es fängt wieder Schule an, das heißt, du musst irgendwie durch diesen Scheißschultag kommen. So, das heißt, man hat sich schon scheiße gefühlt am Abend, wenn die Sonne untergeht, so. Und dann halt ins Bett gehen und irgendwie aufstehen, in die Schule gehen und irgendwie überleben von Stunde zu Stunde. Nicht mal so, ey, geil, ich bin gut vorbereitet, ich hab alle meine Hausaufgaben, alles ist cool. Sondern, Digga, ich hab die Hälfte nicht verstanden, ich hab die Hälfte der Hausaufgaben nicht, ich muss irgendwie in der Pause jemanden finden, von dem ich vielleicht was abschreiben kann. Dann schreibst du ab, rallst es aber nicht, kommst dran und kannst es nicht mal wirklich sagen oder so. Du bist völlig überfordert, kommst nicht mit in der Hälfte der Stunden, weil du schon völlig abgehängt bist. Weil wenn du einmal abgehängt bist, dann bist du abgehängt, Digga. So, das fühle ich sehr. Das war einfach für mich auch absolut Alltagsschule. Wir wollen heute im Video darüber sprechen, woher dieser Leistungsdruck kommt, was die Schule mit unserer Psyche machen kann und worauf sie uns eigentlich im Leben vorbereitet. Was muss sich am Schulsystem ändern und wieso dürfen Begriffe wie Bulimie lernen nicht zur Normalität werden? Ja, also was heißt werden? Also sind sie doch schon, oder nicht? Also sind wir nicht längst an dem Punkt, dass so Begriffe wie Bulimie lernen normal sind? Dafür haben wir auch mit Comedienne Maria Siffy gesprochen. Sie ist 18 Jahre alt und erst seit kurzem raus aus der Schule. Bei mir ist das nämlich schon ein bisschen länger her. Und durch ihre eigenen Erfahrungen und durch ihren Content auf TikTok und Insta ist sie auch sehr nah an dem Thema dran, dass sie uns einige Fragen beantworten konnte. Ich kann Sachen auf Spanisch machen. Ich kann wirklich krasse Formeln in Mathe. Aber ich habe wirklich keinen Plan. Als ich dann aus der Schule raus war, musste ich anfangen, so Sachen alleine zu machen. Eigentlich wünschen wir uns doch alle, dass wir uns so freuen würden wie Harry Styles, wenn wir an die Schule denken oder unsere LehrerInnen sehen. Mein allererster Schulteacher ist heute hier. Ich werde versuchen, sie zu finden. Da ist sie. Du warst wirklich wunderbare Lehrerinnen und ich danke dir von dem Boden von meinem Herz. Du warst eine wundervolle Lehrerin, sagt er seiner Lehrerin. Das ist sweet. Aber, und das Ding ist, ich hatte auch mehr Lehrer, die ich gut fand. Als Lehrer, die ich nicht gut fand. Aber das verändert halt die Gesamtsituation dann an der Stelle auch nur bedingt. Oder so, wie Adele reagiert hat, als ihre Englischlehrerin im Publikum saß und sie davon erst gar nichts wusste. Okay, das ist sehr rührend, aber auch so, bei wem wäre das so? Bei wem wäre denn der Augenblick so, wenn man den alten Englischlehrer oder die alte Englischlehrerin sieht? Läuft das leider nicht immer ab. Dass das Schulsystem ziemlich leistungsorientiert ist, sieht man alleine daran schon, dass man benotet wird. Dein Können wird anhand von Klausuren geprüft, dann gibt's einen Klassendurchschnitt, alle schreiben dasselbe Abitur und der NC soll dann über die eigene Zukunft entscheiden. Dann lernst du noch zu Hause weiter, machst deine Hausaufgaben, musst hier und dort noch Nachhilfeunterricht nehmen. Und weil du theoretisch ja auch noch Spaß in deiner Freizeit haben willst, bist du dann auch noch in einem Verein. Aber musst für morgen auch noch ein Referat vorbereiten. Viel Spaß dabei. Also ohne Scheiß. Wenn, also im weiteren Arbeitsleben ist es, wenn du mal einen Job nachher dann hast, ist es meistens so, dass nicht alles, was du tust, quantifiziert und gemessen wird, wie die Qualität ist. Es gibt Jobs, da wird quantifiziert und gemessen, was du tust. Zum Beispiel, weiß ich nicht, in Sales Jobs oder so, wird einfach gemessen, wie viel Umsatz bringst du rein. Und das wird dann verglichen mit anderen Leuten, wie viel Umsatz die reinbringen. Aber auch da würde man wahrscheinlich einen Arbeitgeber, der das so klar messen würde und im Vergleich setzen würde und ganz klar einfach sagt, pass auf, du hast so viel Umsatz reingebracht, du so viel, deswegen fliegst du jetzt von der Schule. Also du bist jetzt raus, du bist drin, wir holen ein neues rein oder so. Also einfach so, es geht komplett nur um die KPIs, die Messungen von wie gut ihr seid. Würde man wahrscheinlich als sehr toxischen Arbeitgeber empfinden. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weiß ich nicht. Und in den meisten Jobs ist es nicht so. Also ich glaube, in den allermeisten Jobs ist es nicht so, dass alles, was du tust, quantifiziert wird. Und in der Schule aber lernen wir, dass das völlig normal ist. Ja. Ach und übermorgen steht ja auch noch die Matheklausur an, wegen der du schon seit Wochen Bauchschmerzen hast. Ach, war das eine schöne Zeit. Weil sobald die Buchstaben bei Mathe dazu gekommen sind, alles ungefähr so klang. Deine Mathekenntnisse? Addition, Substraktion. Dann folgt Frustration und am Ende Kapitulation. Und Frustration ist ein gutes Stichwort. Denn dieser Druck, jetzt funktionieren zu müssen, jeden Tag Bestleistung zu zeigen, damit du dir deine Zukunft bitte, bitte, bitte nicht verbaust, weil Was soll denn sonst aus dir werden, Kind? Das ist echt viel für die Psyche. Ja, auch dieses, dass halt nicht stehen geblieben wird, ne? Also, ähm, zum Beispiel, wenn bei mir jetzt ein Team, die arbeiten, ja, das ist ja ein Job, so. Wenn da jetzt jemand, ähm, einfach mal eine Woche... aus vielleicht privaten Gründen nicht so viel leisten kann, nicht so mitkommt oder so, ja, dann verzögern sich halt Sachen. Das ist halt so, was soll man denn tun, so. Weil ja nicht alles sich weiterentwickelt, sondern man ist ja abhängig davon, dass die Sachen auch passieren. Das heißt, es geht dann nicht mehr so schnell weiter, so. Wenn du aber in der Schule bist und du hängst eine Woche durch aus privaten Gründen, dann hast du halt den Mathe-Stoff in der Woche nicht mitbekommen und in der nächsten Woche bist du dann halt abgehängt, bist du dann halt tot, so. Dann schaffst du das die nächste Woche auch nicht und checkst es nicht. Dann checkst du es die Woche danach noch viel weniger, weil alles bewegt sich so statisch weiter. Und das ist, weiß ich nicht, ist auch anders als im Job, finde ich, hinterher. Thema Bewertung. Also ich glaube, in den meisten Jobs, ich kann nicht jetzt für alle Jobs sprechen, aber ich glaube, in den meisten Jobs ist es viel eher verkraftbarer, auch mal eine Woche, ich sag mal, durchzuhängen und als in der Schule. Da ist es viel schlimmer, wenn du mal eine Woche durchhängst. Das ist viel, viel abstrafender und viel, hat viel krassere Folgen, wenn du mal eine Woche durchhängst. Also ich sag, in den meisten Jobs, in den meisten. Studien und Umfragen soll jeder Dritte, teilweise fast jeder Zweite in der Schule unter Stress leiden. Denn auch neben der Schule gibt es in dem Alter sehr oft noch andere Faktoren, die sich auf die Psyche auswirken können. Die Pubertät, eine Scheidung der Eltern, der Tod der Großeltern, der erste Liebeskummer oder ein Streit mit der besten Freundin. Aber auch LehrerInnen droht immer mehr ein Burnout. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Ein paar davon haben wir mal eben eingeblendet. Ein paar von den Gründen. Ja, das, also ich glaube, Lehrer ist einer der Jobs mit der höchsten Burnoutrate. Ist jetzt kein Fact, den ihr jetzt als Fact glauben solltet. Ist jetzt so ein Ich-Glaube-das- ist jetzt so ein gefährliches Halbwissen von meiner Seite aus. Es ist aber jedenfalls ein extrem stressiger Job. Also es ist ein sehr, sehr belastender Job. Ach so, guck mal, hier steht sogar. Nach den Angaben der AOK hat sich die Krankheitslast aufgrund von Burnout-Diagnosen in den letzten zehn Jahren mehr als vervierfacht. Und das ist nicht verwunderlich. Seit Jahren nimmt bei Lehrern die Arbeitsbelastung kontinuierlich zu. Die Aufgaben von Lehrern und Lehrerinnen werden immer komplexer. Lehrerinnen sind schon lange nicht mehr nur ein, nicht nur reine Wissensvermittler, sondern gleichzeitig Lerncoach, Psychologe und Sozialarbeiter und so weiter. Ja. Parallel müssen Lehrkräfte bildungspolitische Reformen umsetzen. Ja, stimmt, Digga. Da werden dann einfach Sachen entschieden. Und dann wird gesagt, ja, viel Spaß. Du musst es halt machen. Du musst halt dafür sorgen, dass das passiert. Digga, das ist teilweise so abgefuckt und absurd. Und wenn wir jetzt mal nur die Schule betrachten, dann ist oft die erste Reaktion der Eltern auf Stress in der Schule dieses Ach komm, stell dich nicht so an. Die Klausur schaffst du doch mit links. Aber mit einer Klausur hat sich eben die Schule nicht getan. Und ja, ein bisschen Nervosität vor einer Klausur ist auch vollkommen normal und bis zu einem gewissen Grad auch gut. Aber in manchen Fällen kann sich auch eine starke Prüfungsangst entwickeln. Das ist dann eine Angst, die so stark sein kann, dass man einen kompletten Blackout während einer Prüfung bekommt und man gefühlt nicht einmal mehr seinen eigenen Namen richtig schreiben kann. Ich hatte das neulich ganz kurz, da habe ich einen Vortrag gehalten vor so, ich weiß nicht, 2000, 3000 Leuten, war so ein Raum, gehe auf die Bühne, soll einen Vortrag halten, weil ich über Social Media, über Nindo gesprochen habe, vor so, ja hauptsächlich so Unternehmern im IT-Bereich, so. Und ich rede so und ich hatte halt keine Slides, also ich hatte keine Folien, die ich so durchgeklickt habe, weil die geben einem ja immer super Halt, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, klickt man einfach, ah, so geht es weiter, alles klar. Ja, sondern ich habe einfach frei geredet und ich habe mir halt vorher einen Plan gemacht, was ich sage, aber so, ich habe es jetzt nicht, ja, also ich hatte es jetzt nicht auswendig oder so, sondern ich wusste halt, was ich rede. Und ich stehe da und fange so an und sage die ersten zwei Sätze und plötzlich wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich wusste nicht mehr, was ich als nächstes sagen wollte. Und ich stehe da vor tausenden Menschen, also normalerweise, ich komme wirklich gut klar mit, also ich habe gar keinen, ich habe gar keinen so, also für mich ist das kein Stress auf der Bühne zu stehen, habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten mit so, aber es war einfach, also schon ein bisschen aufregend, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh nein, ich spreche jetzt gleich vor tausenden Leuten, das kriege ich hin so. Aber ich war wirklich gefickt, weil es war dann einfach wie so weg. Und ich habe wirklich, ich habe es überlegt, kein Problem, denk einfach nach, was würde dann als nächstes kommen. Und es war leer, es war nichts, es war nichts. Ich stand da einfach und habe die alle angeguckt und wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich musste einfach kurz innehalten, weil ich, ich weiß ja, in so einem Augenblick ist das Wichtigste, nicht paniken so. Und dann kam es auch irgendwann, war wieder gut, aber das kann halt passieren. Also man kann halt literally einen fucking Blackout bekommen und dann bist du, bist du aufgeschmissen. Dann kannst du gar nichts machen. Also, da kannst du dich so anstrengen, wie du willst, dann ist es halt weg, so. Rezo, bewerte dich selber von eins bis zehn. Weiß ich nicht, der Rest war dann gut. Also, der Rest von dem Dings war gut, nur diese eine Stelle nicht. Deswegen, ich würde sagen, eine solide sieben. Und wenn ihr davon betroffen sein solltet, dann seid euch sicher, ihr seid damit nicht alleine. Nehmt das ernst und redet mit einer vertrauten Person und oder im Rahmen einer Therapie darüber. Wenn bei Jugendlichen der Druck zunimmt, suchen ganze 89 Prozent noch Unterstützung bei ihren Eltern. Auch unabhängig von VertrauenslehrerInnen oder SchulpsychologInnen. Ihr seid nicht... Alter, in Hessen steht hier, ist ein Schulpsychologe für mehr als 6000 Schüler und Schülerinnen zuständig. Ein Schulpsychologe. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert einfach nicht. Ein... Ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, ähm... Sozusagen in der Rolle des Vertrauenslehrers für eine Stufe mal gewesen. Für irgendwie zwei Jahre oder so. Und, ähm... Was Schüler teilweise erleben, egal ob in der Schule oder im Privatleben, ist teilweise so heavy und so krass, dass du nicht einen Schulpsychologen für 6000, für 6000 Schüler und Schülerinnen zuweisen kannst und dann denken kannst, ja, das funktioniert jetzt. Jetzt haben die ja einen Schulpsychologen. Das ist jetzt ja alles gut. Nee, ist nicht so. Schlechter dadurch als andere. Ihr seid auch nur Menschen. Wir gehen zur Schule. Ihr seid auch nur Menschen. Wir gehen sechs bis acht Stunden am Tag zur Schule. Lernen ein bis zwei Stunden zu Hause. Wir stehen sehr viel. Wir können nicht schlafen, weil wir gestresst sind. Und gehen nicht mehr. Oft ist auch das Problem, dass LehrerInnen und auch SchülerInnen selbst erkennen, dass beispielsweise das Gymnasium nicht das Richtige ist. Die Eltern dann aber keinen Wechsel auf beispielsweise die Realschule zulassen wollen, weil alle von der Familie auf einem Gymnasium waren. Das ist auch so abgefuckt, dass einfach diese Vorstellung von jeder muss Abi machen, jeder muss studieren. Obwohl es nicht mal so ist, dass wenn du studierst, dass du dann irgendwie, also es ist ja nicht mal so, dass wenn du studierst, dass es dann finanziell bei dir besser läuft als Leute, die irgendwie eine Ausbildung und dann irgendwie einen Meister oder irgendwie sowas machen oder so. Also ist nicht so. Ist nicht so. Es gibt viele, viele Studiengänge, dass wenn du da einen Bachelor und Master machst, dann hast du nicht bessere oder besser bezahlte Jobchancen, als wenn du irgendwie was, einen handwerklichen Meister oder so ein Shit machst, also wenn du einen anderen Weg einschlägst. Hier sollte man sich aber auch selbst als erwachsene Person ernsthaft mal fragen, ob man vielleicht nur will, dass das Kind gute Noten schreibt, damit man sich vielleicht selbst besser fühlt, könnte sein, muss nicht. Ja, klingt plausibel. Ich finde, es klingt plausibel, ja. Ist eine Vermutung. Ja. Und überhaupt, dieser Druck, der durch Schulnoten entstehen kann, war beispielsweise auch für Maria nicht ohne. Jeder will der Beste sein und jeder muss der Beste sein, sonst kriegst du einfach keine guten Noten. Stress war immer da. Also wenn man drei Arbeiten in der Woche schreibt und dann noch ein Referat, ist halt krass. Wenn ich mir vorstelle, man, ich würde bei mir auf der Arbeit für alle Leute vergleichbare Metriken erzeugen wollen, dass ich ganz klar mit einzelnen Zahlen und einzelnen Werten messen kann, wie gut wer bei mir ein Mitarbeiter ist. Überleg mal, wie toxisch das wäre. Überleg mal, wie wenig Bock den Leuten in meinem Team dann die Arbeit machen würde. Also ist es doch, also ist es nicht, ist es nicht obvious? Leistungsdruck und Prüfungsangst wie zum Beispiel Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder Magen-Darm-Probleme sind ernstzunehmende Warnsignale. Und das sind keine Probleme, die... Was stand hier? Das Gefühl von innerer Anspannung, Herzrasen, Kreislaufbeschwerden, Verdauungsprobleme, Konzentrationsstörungen... Gedächtnisstörungen bis hin zum Blackout. Schlafstörungslosigkeit oder Magen-Darm-Probleme sind ernstzunehmende Warnsignale. Und das sind keine Probleme, die sich die SchülerInnen selbst ausdenken. Welche psychischen Folgen sowas mit sich zieht, sollte in der Gesellschaft viel mehr gehört und ernst genommen werden. Denn Sätze wie Schulstress macht kaputt sind ein erstes Zeichen von psychischen Erkrankungen. Und da geht es nicht nur um SchülerInnen mit schlechten Noten, auch die mit den guten Noten können genauso empfinden. Was Eltern sehen, sehr gut, sehr gut, gut, sehr gut. Was sie nicht sehen. Oft kann sich der Stress auch demotivierend auswirken und neben den Blackouts während einer Klausur auch zu generellen Lärmblockaden führen. Und dann hilft es erst recht nicht, wenn zum Beispiel LehrerInnen noch mehr Druck auf einen ausüben. Warum hast du geweint, als die Lehrerin dich angeschrien hat? Ich habe mich so gefühlt, als ob ich nicht atmen könnte. Digga, es ist so sad, ne? Ich finde es richtig sad, dass es solche TikToks gibt. Denn dadurch wird man nur noch mehr in einen, im schlimmsten Fall, drohenden Burnout getrieben. Wenn die Förderwut der Eltern die Kinder krank macht. Digga, das ist wirklich sad gerade. Ich finde es richtig sad. Man fängt an, immer wieder Kopf- oder Bauchschmerzen zu bekommen. Essstörungen können sich entwickeln. Man ist viel schneller gereizt und nicht einfach nur pubertär. Schläft schlecht, kann sich kaum konzentrieren. Schreibt also auch deswegen schneller, schlechtere Noten. Und schon ist man in einem Teufelskreis. Und wenn man da nicht rauskommt... Neuer Bericht, immer mehr Schüler depressiv. Schüler fordern bessere Auswirkungen für Lehrkräfte. Schüler am Limit. Erschöpfungsdepression im jungen Alter. Alarmierende Studie, immer mehr Jugendliche sind psychisch krank. Wow. Kann es zu Depressionen kommen? Boah, Alter. Ich muss einen Ticken aufpassen, nicht emotional zu werden. Ich bin ganz ehrlich. Und dabei ist auch wichtig zu sagen, dass man Depressionen nicht immer direkt erkennt. Es gibt auch die funktionale Depression. Linda Marleen ist Psychologin und hat das ziemlich gut auf TikTok erklärt, woran man eine funktionale Depression erkennen, nicht diagnostizieren, nur erkennen kann. Erstens, du funktionierst. Das heißt, du gehst zur Arbeit, zur Uni, zur Schule. Du schaffst deinen Haushalt und pflegst dich. Aber am Ende des Tages bist du unglaublich erschöpft. Zweitens, du bist sozial und bleibst in Kontakt mit deinen Freunden. Aber eigentlich hast du insgesamt Angst, dass du die Spaßbremse bist und dass du die anderen runterziehst. Drittens, du weinst oft grundlos. Viertens, du hast kaum noch positive Gefühle, so wie Glück, Leichtigkeit, Zufriedenheit. Und wenn du es dann doch mal spürst, dann fragst du dich insgeheim, darf ich das überhaupt, bin ich das wert? Fünftens, du fühlst manchmal gar nichts mehr und bist innerlich komplett taub. Dadurch, dass man psychische Erkrankungen nicht sieht, werden sie auch oft nicht ernst genommen. Und das sieht man leider auch oft noch bei SchülerInnen. Mögliche Folgen sind dann, dass depressive Kinder und Jugendliche von den MitschülerInnen nicht verstanden. Der tägliche Albtraum Mobbing in der Schule. Versuchte Suizide in der Schule sind mehr geworden. Mobbing in der Schule, was Eltern und Lehrer tun können. Der elfjährige Tim wird in der Schule geschlagen getreten und beschimpft. Seine Eltern schauen ohnmächtig zu, bis die Situation eskaliert. Und gemobbt werden. Denn auch Schule schwänzen ist oft keine Faulheit. Warum bist du nie in der Schule? Es kann sich... Ich finde es richtig hart. Ich finde es richtig hart. Das Ding ist... Ich habe... Wie erzähle ich das jetzt? Erzähle ich das überhaupt? Ich habe... Ich habe... Boah, wie erzähle ich das? Ich habe... Ich habe... Ähm... Ähm... Mal... Ich habe mal... Zu einem bestimmten Zeitpunkt... Das ist jetzt auch völlig egal wieso... Ähm... Ich habe mal zu einem bestimmten Zeitpunkt... Ähm... Ähm... In den letzten Jahren... Ähm... Der Körper braucht ja Dopamin und Serotonin, um sich gut zu fühlen. So... Und ich habe mal aus... Ähm... Gründen... Zu einem bestimmten Zeitpunkt... Äh... Äh... In den... Ähm... Ähm... In letzter Zeit sehr... Sehr wenig... Sehr wenig von beidem... In meinem Körper... Gehabt... Also... Sozusagen... Es war... Alles... Weg... Alles... Restlos... Aufgebraucht... Und... Ähm... Als das passiert ist... Habe ich plötzlich... Was gefühlt... Was ich... Seit... Weiß nicht... 15 Jahren oder so... Nicht mehr gefühlt habe... Und... Also wirklich... Ich habe mich so krass erinnert an... Boah krass... Ich... Ich kenne dieses Gefühl... Ich kenne... So... Ich habe mich gefragt... Wieso... Woher kenne ich das? Das ist so ein Gefühl... Das ist mir so... So vertraut... Ich kenne das so gut... Aber ich habe das so lange nicht mehr gefühlt... Und dann ist mir halt aufgefallen... So habe ich mich jeden Tag in der Schule gefühlt... Jeden Tag in der Schule... Habe ich mich damals so gefühlt... So... Wie krass das ist... Dass ich so... Sozusagen... Das... Wisst ihr, was ich meine? Dass man das so... Ähm... Wisst ihr, was ich meine? Ich fühle das gerade sehr... Ich musste letztes Jahr die Schule abbrechen... Damit ich mich nicht umbringe... Dieses Thema ist so wichtig... Danke dir... Ich glaube auch... Es ist wichtig, dass man drüber spricht... Ich glaube wirklich, dass dieses Thema... Wichtig ist... Und dass man... Äh... Dass man teilweise zu wenig drüber spricht... Weil ich glaube... Wenn man in der Situation ist... Ähm... Ist es sehr schwer, darüber zu sprechen... Weil... Was soll man machen? So... Es ist so dieses Gefühl von... Ne... Meine Eltern machen Druck... Was soll ich denn jetzt sagen? So... Ich packe es nicht... Ich schaffe es nicht... So... Dann fühlt man sich irgendwie... So... Wie... Als würde man irgendwie... Äh... Es nicht packen so... Deswegen will man irgendwie nicht zu den Eltern hingehen, glaube ich häufig... Man will irgendwie nicht zu den Lehrern hingehen, weil man sich da auch nicht aufgehoben fühlt oder so... Und man hat einfach... Also ich glaube, viele Leute haben Schwierigkeiten, das zu äußern. Ich glaube, viele Leute haben Schwierigkeiten, ähm... Das zu sagen und einfach klar zu machen, dass sie sich schlecht fühlen und dass sie... äh... Wie das so ist... Und es ist ja... Das kommt ja noch obendrauf, dass das nicht nur die Schule ist, die das Ganze schwierig macht, sondern dann auch noch in einer Phase deines Lebens ist, die unglaublich anstrengend ist. Also grundsätzlich einfach... Also wo du ganz viel für dich neu rausfinden musst, wo du unglaublich viel, äh... neuer Erfahrungen machst, wo die... was einfach unglaublich überfordernd ist in ganz, ganz vielen Hinsichten so. Und... Digga... Wie soll man das packen? Wie soll man das packen? Also ich glaube da, ähm... Ja, ich glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, da drüber zu... äh... zu sprechen, so. Eine richtige Schulangst entwickeln. Naja, aber jedenfalls diese Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe, die hat mich wirklich... auf der einen Seite sehr sad gemacht, weil ich halt gedacht habe, so krass... So, das war damals halt so, so wie der... dieser Tiefpunkt, wie ich mich in dem Augenblick gefühlt habe, wo ich wusste, ich habe in meinem Körper praktisch keine Glücks... Glücks... äh... Glücks... Hormone oder Neurotransmitter mehr vorhanden. Und das ist das, wie ich jahrelang irgendwie durchgekommen bin oder so. Es hat mich auf der einen Seite sehr sad gemacht, auf der anderen Seite sehr glücklich gemacht, weil ich mir dachte, boah krass... Ich habe das so lange nicht mehr gefühlt, mir geht es ja verhältnismäßig gut so. Ähm, deswegen, ja... Aber macht es ja auch nicht besser. Chat fragt, woher wusstest du das denn? Glaubt mir einfach, dass das so ist. Nimmt es einfach als Tatsache, dass ich wusste, dass das so ist. Die in manchen Fällen sogar dazu führt, dass die Schule abgebrochen wird. Ich brech den Kampf jetzt ab. Nein, ich will ihn beenden. Ich muss es beweisen. Was beweisen? Dass ich kein Fehler bin. Und... Ich finde es wirklich sad, dass es so TikToks gibt, ne? Ich finde es wirklich sad, dass es so TikToks gibt wie solche, die wir gerade gesehen haben. Dass jemand das als Expression braucht, um seine Emotionen auszudrücken, ist schon wirklich sad. Und dann lässt sich für mich einfach echt nicht mehr nachvollziehen, wie man sowas nicht ernst nehmen kann. Beispielsweise Josef Klaus. Er war jahrelang Schulleiter eines Gymnasiums und war Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er hat gesagt, dass der Lernstoff dramatisch gesunken sei in den letzten Jahren und immer weniger Kinder sitzen bleiben würden. Sogar die Abinoten würden immer besser werden. Ich zitiere... Wo, bitteschön, soll denn da der Stress sein? Es könne sich laut ihm nur um ein sehr subjektives Stresserlebnis handeln. Bin 14 und habe vor allem wegen Schule seit vier Jahren Depressionen und bin seit übernimmjahr suizidial, war schon zwei Monate in der Klinik. Hey, es tut mir so leid. Echt, wenn ich sowas höre, ohne Scheiß. Das ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ne? Das ist nicht irgendwer, das ist nicht irgendein random Lehrer, das ist nicht irgendein random Dude, so. Das ist der Präsident des Deutschen Lehrerver... Ne, seit 30 Jahren Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Digga... Wie lost kann man sein? Er kann das Wort Leistungsdruck nicht mehr hören. 20 Jahre lang hat er ein bayerisches Gymnasium geleitet. Ja, sad, dass er das gemacht hat. Wo soll denn... Wo, bitteschön, soll denn da der Stress sein? Ey. Wo genau der Stress sein soll, die Antwort dazu, findet man dann auf TikTok. Wenn Schülern alles zu viel wird. Immer mehr Schüler depressiv. Mehr Jugendliche mit depressiven Symptomen. Viele Schüler leiden an Kopfschmerzen. Wie ein depressives Mädchen in der Corona-Krise an der Schule verschweifelt. Leistungsdruck in der Schule stürzt Kinder in ein Seelentief. Jeder fünfte Schüler ritscht sich. Jeder fünfte Schüler ritscht sich. Jeder fünfte Schüler ritscht sich. Digga. 20% von einer Gruppe hat selbstverletzendes Verhalten. Wo soll denn da der Leistungsdruck sein? Das muss doch ein subjektives Empfinden sein. Imagine jeder... Imagine es wäre andersrum. Imagine jeder... Weiß ich nicht. Jeder... Du nimmst irgendeinen anderen Job. Du nimmst irgendwas anderes. Irgendeinen anderen Job. Weiß ich nicht. Jeder... 20% aller Briefträger haben selbstverletzendes Verhalten. Wer hört das und sagt, ja, das muss doch ein subjektives Empfinden sein. Also imagine. Imagine. Endstation, Depression, wenn Schülern alles zu viel wird. Da ist so viel. Mehr Suizidversuche von Kindern. Und da schwingt dann noch die Frage mit, wofür macht man das eigentlich? Eine sehr große Kritik bei dem Ganzen ist nämlich, dass wir nur für die Schule und die Klausuren lernen, aber nicht fürs wirkliche Leben. Und dass gerade hier das sogenannte Bulimie-Lehren dafür sorgt, dass man sehr viel von dem, was man gelernt hat, sehr schnell wieder vergisst. Und alle, die struggeln, es wird besser. Die Schule geht vorbei. Haltet durch. Es wird besser. Franzi, danke dir. Und das kann ich bestätigen. Also kein Scheiß. Ich arbeite echt viel. Ich arbeite von 365 Tagen im Jahr vielleicht 360 oder so. Oder weiß ich nicht. 350, 360, irgendwie sowas. Ich arbeite wirklich viel den ganzen Scheißtag so. Aber mein Leben ist so viel leichter als Schule. Wenn ich, wenn ich die Wahl hätte so, dieses Leben jetzt gerade mit dem Workload und allem oder nochmal in die Schule, ich würde niemals, niemals die Schule wählen. Es war die schlimmste Zeit, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, das geht vielen so. Also alles, alles, alles empfinde ich leichter als Schule. Ich habe mit 1,0 meinen Master gemacht. Nicht so schlimm wie Schule. Nicht so schlimm wie Schule. Schule, schlimmste im Leben. Deswegen an alle Leute, die gerade in der Schule sind, wenn euch irgendwer sagt, so, ach Schule ist doch die schönste Zeit im Leben, danach fängt der Ernst des Lebens an. Fuck, Alter. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. So ein Scheiß. Für ganz, 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 ganz viele Leute ist die Schule die schlimmste, schlimmste Zeit im Leben. Und danach wird es besser. Insofern, wie Franzi sagt, ähm, seht das so als, als Hoffnung. So seht das so als, ja, danach wird es halt besser so. Lasst euch nicht einreden, danach wird es schlimmer, danach geht der Ernst des Lebens los, danach wird es erst richtig hart oder so. Lasst euch das nicht einreden. Lasst euch das nicht einreden. Das Wort Bulimie lernen ist angelehnt an die Essstörung Bulimie, bei der man große Mengen an Essen zu sich nimmt und dann wieder erbricht, um nicht zuzunehmen. So geht es beim Bulimie lernen darum, dass man in sehr wenig Zeit, meistens kurz vor der Prüfung, ganz viel Stoff auswendig lernt, um das Wissen dann bei der Klausur wieder auszuspucken und das danach alles vergisst. Das ist übrigens nicht nur ein Problem in der Schule, das ist auch ein Problem in vielen Studiengängen, weil viele Studiengänge gehen auf Auswendig lernen und nicht auf Verstehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn du für eine Prüfung ganz viel auswendig lernst, dass es absolut, warte, ich versuche es nicht ganz so generell auszudrücken, dass es zu großen Teilen wertlos ist, dass du damit kein Nichts an deinem Wesen steigerst, dass du danach nicht ein krasserer Mensch bist als vorher, dass du dich nicht besser ausgebildet hast oder so, weil du weißt das meiste sowieso nicht mehr. Ein halbes Jahr später weißt du fast alles davon sowieso nicht mehr. Plus, es gibt das Internet, es gibt Technik. Warum auswendig lernen? Digga, warum auswendig lernen? In keinem Job dieser Welt musst du viel auswendig lernen. In keinem Job dieser Welt ist der Skill notwendig, dass du unfassbar viele Mengen von Wissen in deinem Kopf irgendwie so auswendig wie ein Roboter abrufbar hast. Ist einfach nicht so. Das ist kein Skill, der wertvoll ist. Es ist ein wertloser Skill. Entschuldigung. Entschuldigung. Du kannst überall technische Hilfsmittel haben, dass du sagen kannst, ey, was steht nochmal? Wenn du zum Beispiel ein paar Grafen nicht auswendig kannst oder so, dann ist das nicht schlimm. Dann suchst du halt danach. Das ist, da gibt es halt Software für so. Ist halt nicht schlimm. Ey. Also in dem Ausmaß, wie Sachen gelernt werden. Ich habe so viele Freunde gehabt, die die Studiengänge hatten, wo sie einfach wirklich Bulimie-mäßig auswendig lernen mussten. Und die konnten alle den scheißen Halbstjahr später nicht mehr. Wir haben zum Beispiel, ein Freund hat Biologie studiert und da musste er so riesige Karteistapel von welche Tiere haben, welche Merkmale, woran erkennt man was, dies, das. Halbstjahr später nichts davon mehr in seinem Kopf gehabt. Wow. Clap. Clap. Super krass. Stattdessen sollte es darum gehen, Dinge zu verstehen. Weil das ist viel krasser, wenn du Dinge verstehst. Wenn du Dinge, wenn du Konzepte verstehst, dann behältst du das nämlich viel, viel krasser. Und dann entwickelst du dich weiter. Das ist ein Skill. Das ist eine Weiterentwicklung von deinem Wesen so. Das Ziel ist... Deswegen, ich persönlich halte das auch für zu großen Teilen wertlos, das Bulimielernen. ...die Klausur schnell abzuhaken und hinter sich zu bringen. Das Problem dabei ist, dass beim Bulimielernen oft nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Damit das Gelernte bis ins Langzeitgedächtnis kommen kann, muss es aber regelmäßig wiederholt werden. Das Bulimielernen gilt also nicht als besonders nachhaltig. Dazu erinnert man sich laut dem Erziehungswissenschaftler André Frank Zimpel vor allem auch an die Emotionen, die man beim Lernen hatte. Nachhaltiges Lernen ist immer mit positiven Emotionen verbunden. Wir erinnern uns dann gern und jedes Erinnern festigt wieder das Gelernte. Genau, ja. Und ich glaube auch, also dieses Wiederholen ist halt ein unglaublich wichtiger Punkt. Wenn du halt für eine Prüfung unglaublich viel lernst, dann ist es weg. Dann musst du für die nächste Prüfung was ganz anderes lernen, dann ist es wieder weg. So natürlich, klar, wenn du später deinen Job hast und du bist zum Beispiel spezifiziert auf irgendwie eine bestimmte Sache, dann hast du irgendwann noch sehr, sehr viel im Kopf. Das ist völlig klar. Also egal in welchem Job, egal ob es ein Handwerksjob ist oder ob es Jura ist oder ob es Arzt ist oder ob es ein Informatiker ist oder so. Natürlich, wenn du dein spezifisches Gebiet hast und du hast da seit Jahren viel Erfahrung, dann weißt du da unglaublich viel drüber. Aber das ist nicht der, also der Grund dafür, dass du viel drüber weißt, ist nicht, weil du für eine Prüfung Bulimie gelernt hast. Das ist nicht der Grund, dass du viel weißt irgendwann. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie gern man sich erinnert, wenn das Lernen permanent mit Stress verbunden ist. Wenn man das immer wieder so macht und auch erfolgreich hinbekommt, kann das für eine Kombination aus sehr guten Noten und eher weniger guter Fachkenntnis sorgen. Denn wenn man sich die Fakten draufschafft, aber die Zusammenhänge nicht versteht, fehlt natürlich einiges. Man guckt, das ist, was ich gesagt habe. Wenn man Konzepte wirklich versteht, dann ist es der Shit. Das ist auch der Grund übrigens, warum ich im Informatikstudium gute Noten hatte, weil ich einfach den Anspruch hatte, ich will alles verstehen. Alles, was in der Vorlesung drankam, will ich verstehen. Ich will einfach verstehen, warum das so ist. Und das ist, wenn es um so abstrakter Mathe, wenn es um abstrakten Mathe-Shit geht, da es nicht anders mehr möglich ist. Wow. Die Dozenten meinen schon, dass wir das meiste nicht brauchen. Cool. Wenn die Dozenten, Raffi, danke dir für die Doni, wenn die Dozenten schon sagen, ja, ihr müsst hier was lernen, aber das meiste davon braucht ihr sowieso nicht. Und das meiste habt ihr dann auch vergessen. Digga, warum macht man, ey, es ist so stupid. Ich bin so froh gewesen und das ist auch der einzige Grund, warum ich im Studium gute Noten hatte, ist, weil es im Informatikstudium verhältnismäßig wenig darum geht, auswendig zu lernen. Also es ist extrem wenig darum geht, auswendig zu lernen. Sondern es geht fast ausschließlich darum, dass du was verstehst. Und das ist, ich sag auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es easy ist, ich will jetzt nicht kleinreden so, weil so ganz abstrakten Mathe-Shit zu verstehen ist teilweise wirklich nicht ohne, so, aber wenn du den verstanden hast, dann hast du den verstanden. So, dann ist der drin, weil du hast das Konzept verstanden. Wenn du eine Sache verstanden hast, dann ist die da. Dann ist die auch noch ein halbes Jahr später da. Man merkt bei dieser Lärmform, dass die Motivation häufig nicht ist, neue Dinge fürs Leben zu entdecken, sondern irgendwie die Klausur zu bestehen. Besonders bei Kindern ist aber der Spaß an der Sache wichtig. Wenn das Lernen nur ein Krampf ist, bleibt laut dem Hirnforscher Gerald Hüther nichts hängen. Die bloße Anhäufung von Sachwissen reicht nicht, um im Leben neue Herausforderungen anzunehmen und sich Probleme zu stellen. Auf der anderen Seite kann man natürlich so argumentieren, dass man sagt, ey, ich muss hier eh nur Dinge lernen, die mich nicht interessieren oder die ich in der Praxis gar nicht brauche. Also passe ich mich an, schaffe mir das in kürzester Zeit drauf und habe auch einfach keine andere Wahl, als mich zu fokussieren. Doch genau das ist der Kritikpunkt. Wäre es nicht schön, zu lernen, um zu lernen? Beziehungsweise zu lernen, wie man lernt? Dass das häufig nicht so ist, hat schon vor 2000 Jahren der römische Philosoph Seneca gesagt. Nicht fürs Leben, sondern für die Schule lernen wir. Und selbst ein paar tausend Jahre später hat sich die Kritik am Schulsystem kaum geändert. Ja, ist wirklich so. Also, ich kenne erschreckend viele Leute, die aus der Schule rausgehen und sich nicht selbst was drauf schaffen können. Also niemals gelernt haben, wie finde ich selber was raus. Also wenn ich irgendeine Fragestellung habe, wie muss ich Google benutzen, um ganz schnell 10 Tabs aufzumachen, Steuerung F, das Wort eingeben, dreimal Enter drücken, finden, wo sind die Stellen, überfliegen, was ist das, alles klar, ich habe es rausgefunden, und ich will die Information noch mal verifizieren, gehe noch mal auf andere Suchseiten, gebe den Quote schnell ein, suchen, suchen, suchen. Also das haben viele nicht drin. Das haben viele nicht drin. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Tweet von einer Schülerin, der ist vor einer ganzen Weile krass durch die Decke gegangen. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen. Damit hat sie damals für große Diskussionen gesorgt, die auch heute, acht Jahre später, immer noch Thema sind, wie zum Beispiel dieser Tweet vom Satiriker El Hotzo zeigt. Nichts ist so traurig, wie die Beschwerde über unnützen Schulstoff. Warum haben wir Gedichtsanalysen gelernt und keine Steuererklärung? Ja, sorry, Bro, dass du nicht direkt zur perfekten Arbeitsmaschine abgerichtet worden bist. Kommt nicht wieder vor, versprochen. Naja, naja. Ich finde El Hotzo mega cool so, aber an der Stelle bin ich auch eher bei Naina als bei El Hotzo, weil ich finde auch, dass man, also viele Sachen in der Schule einfach super unnötig sind, aber einem auch jetzt nicht irgendwie menschlich weiterhelfen. Also ich meine jetzt nicht, dass das eher für den Arbeitsmarkt ist, es ist nicht wichtig und deswegen sollte man es nicht lernen, das nicht, sondern es ist einfach, einfach, es hilft ja auch menschlich nicht weiter und deswegen nicht so. Also ich finde schon, dass man manche Sachen fürs Leben vielleicht, vielleicht lernen könnte. Keine Ahnung. Nicht direkt zur perfekten Arbeitsmaschine abgerichtet worden bist. Kommt nicht wieder vor, versprochen. Auch wenn ich die Kritik aus dem Tweet der Schülerin sehr gut nachvollziehen kann, muss ich allerdings auch zugeben, dass ich im Schulfach, wie mache ich meine Steuererklärung, wahrscheinlich echt Probleme gehabt hätte aufzupassen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr langweilig ist. Naja, es ist nicht langweiliger als eine Gedichtsanalyse. Wollte ich auch gerade einwenden. Ja, okay, ist eigentlich auf dem Punkt. Auf jeden Fall sehen wir, dass es hier verschiedene Meinungen gibt. Die einen fühlen sich nach der Schule. Es geht ja auch nicht darum, wie mache ich meine Steuern jetzt per se insofern. Also es geht ja nicht sozusagen um die Anleitung von, okay, ich klicke jetzt auf elster.de und lade mir da dieses Form runter und gebe da das und das ein, sondern überhaupt das Grundsätzliche zu verstehen. Also es geht ja nicht ums Auswendiglernen, klicke oben links auf das und dann macht auf dem Dropdown das. Das ist Auswendiglernen. Sondern es geht ums Konzept zu verstehen. Welche Steuern gibt es überhaupt? Wie werden die, also worum geht es da überhaupt? Wie läuft es ab, wenn ein Arbeitgeber ist und du hast ein bisschen Arbeitnehmer, wer, wer führt welche Steuern wann ab? So, das zu verstehen, darum geht es ja viel eher und ich glaube, das ist schon nicht wasted, das einmal zu hören, bevor man, bevor man aus der Schule raus ist. Schule nicht aufs Leben vorbereiten. Pro Mietverträge und Co. gehören auch auf den Stundenplan. Sie finden, dass Mietverträge und gesunde Ernährung auf den Stundenplan gehören und dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass die Eltern zu Hause nachhelfen können, wenn das Kind in der Schule nicht alles direkt verstanden hat. Also ich finde auch, also sowas wie, sowas wie Mietverträge oder grundsätzlich, also zu wissen, was darf man in Mietverträge überhaupt reinschreiben oder grundsätzlich in AGB reinschreiben oder so. Wer weiß es im Chat, wo steht das? Das steht in Paragraf 309 BGB. Haben wir, haben wir, haben wir Leute, Jura-Leute im Chat, die das bestätigen können, weil ich glaube, das stimmt. Das ist Zufall, dass ich das weiß. Ich weiß nicht viel, aber ich glaube, in 309 BGB steht, was man da hinschreiben kann, was nicht. Ab 305 sogar. Boah, wir haben voll viele Jura-Leute im Chat. Ja, war richtig, was ich gesagt habe. Strong. Geil, 309 BGB sind die Klauseln allgemein geregelt. Geil. Geil. Einfach Jura-Leute im Chat. Mir war es zum Beispiel so, dass meine Eltern aus dem Kos... Ja, guck mal. 309, Paragraf 309 sind Klausel, Verbote ohne, ohne Wertungsmöglichkeit. Also sozusagen, welche Klauseln in so AGB nicht drinstehen dürfen. Ja, das ist doch dann richtig. Wo wir hierher geflohen sind und einige Dinge, die deutsche Eltern ihren Kindern easy beigebracht haben, selbst gar nicht wussten. Außerdem ist auch häufig die Frage, warum wir teilweise Dinge lernen sollen, die uns später im Alltag nicht so viel bringen. Die anderen hingegen finden, dass das nicht die Aufgabe der Schule ist, uns so aufs Leben vorzubereiten. Das ist übrigens ohne Scheiß, das ist reiner Zufall gewesen, dass ich das jetzt wusste. Ich weiß kaum Paragrafen. Kaum Paragrafen. Aber warte, ich mache jetzt ohne zu googeln, Chat, ich mache jetzt noch eine Frage an euch. Wo? Shit, das weiß ich doch nicht mehr. Nee, ich weiß die Zahlen nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Wo sind die Mordmerkmale? War das irgendwie in den frühen Hundertern? Also 110, 115 StGB? Wo sind die Mordmerkmale? 211. Guck mal, wie schnell das ging. 211, zack, der Chat. Da sind die Jura-Leute. Einer hat 420 geschrieben. Der hat praktisch auch recht. 211. Junge, warum weiß man das aus dem Kopf? Ja, das sind so die, ich glaube, es gibt so ein paar Standardsachen, die man einfach weiß, wenn man Jura studiert. Also man weiß ja nicht jeden Paragrafen so, aber es gibt so manche Sachen, die halt so da sind. Die so da sind. Was man mit den Deutsch- und Mathe-Kendnissen aus der Schule. Auch, auch überhaupt die Mordmerkmale zu wissen, ist glaube ich auch so, das sind einfach so Standardsachen, die muss man als Jura-Mensch wissen. Therapie hilft Leute. Es wird irgendwann wieder besser. Ja. Falafelfee. Falafelfee. Danke dir. Und ja, es wird wirklich besser. Es wird wirklich besser. Ja. Ja, ich glaube, es gibt so, es gibt ja in jeder, in jeder Profession gibt es ja so Sachen, die einen so triggern, wenn Leute das so mit Halbwissen falsch sagen. Und ich glaube, Mordmerkmale gehören bei, bei Juristen dazu. Wenn dann Leute sagen irgendwie, ähm, äh, es ist Totschlag, wenn es nicht geplant ist und es ist Mord, wenn es geplant ist. Irgendwie sowas. Dann, äh, glaube ich, stehen, äh, stehen den, den, den Juristen die Haare zu Berge. Schule in der Lage sein sollte, Formulare zu verstehen und Lesen, Schreiben und Rechnen definitiv Skills sind, die man im Leben braucht. Dass viel Learning by Doing ist und dabei auch Scheitern im Leben dazugehört. Hier wird also mehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath sagt beispielsweise, dass es gar nicht der Anspruch der Schule sei, dass man eins, Guck, Leute im Chat schreiben wirklich, dass ihm das triggert, wenn das Leute sagen. Guck, Digga, ich weiß doch, wie, was, was Juristen triggert. ...zu eins eine Art Berufs- oder Lebensausbildung macht. Er sagt, dass Schule uns nicht alles beibringen soll und auch nicht kann, was wir für das Leben und den Job brauchen. Es ginge eher um eine Balance zwischen allgemeiner Bildung und dem, was man dann tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Maria hat für sich auch gemerkt, wo die Schule... Ich finde auch... ...was man dann tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Das ist ja... Also, was sie damit ausdrückt, ist ja, dass sie findet, dass das da nichts ist, was irgendwie allgemeine Bildung ist und was man im Alltag ausdrücken kann oder was nutzen kann oder so. Ich finde, ich finde persönlich, dass Mathe auch anders sein sollte in der Schule, weil... Ich bin jetzt fast 23, habe zwei Ausbildungen hinter mir und weiß nicht, welche Versicherungen ich brauche und von den Steuern fange ich nicht an. Jasmin, ja, ey, ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Ich weiß, was du meinst. Danke dir. Ich finde, Mathe hat in der Schule einen zu großen algorithmischen Ansatz. Also im Sinne von, wenn ich diese Formel habe, dann mache ich zuerst Schritt 1 das, dann Schritt 2 das, dann Schritt 3 das und dann habe ich das Ergebnis, was ich haben will. Und das ist ja sozusagen einfach nach einer Liste, du musst halt wieder auswendig lernen, welche Schritte du gehst. Und das ist worthless, wissen wir alle. Einfach Schritte auswendig lernen, nicht worthless, ich sage das überzogen, aber nicht so wertvoll. Was viel wertvoller wäre, ist, wenn man den logischen Anteil von Mathe mehr in den Vordergrund rücken würde. Der ist natürlich vorhanden, weil du Dinge ableiten kannst, dies, das so. Aber wenn du sozusagen weniger dieses Schritt für Schritt hast, sondern mehr ein, hey, du musst jetzt einfach mal logisch auf eine Idee kommen, denk mal nach, glaube ich, wäre das cooler. Ich glaube, das wäre nicer. Maria hat für sich auch gemerkt, wo die Schule ihren Platz für die Vorbereitung aufs Leben für sie hat. Die Schule ist wirklich ganz unten mit diesem, wie bereite ich mich auf das Leben vor. Sie stellt halt nur so die Grundsachen dar. Das ist ja jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit weißt, was du machen willst. Und deswegen kann dich die Schule auf irgendwas vorbereiten, sondern die Schule zeigt dir einfach die verschiedenen Richtungen und dann kannst du dich darauf erst mal vorbereiten. Und dennoch ist die Kritik am deutschen Schulsystem berechtigterweise groß. I'm the most depressed person I've ever met and excuse me for saying this, but I think you need professional help. Für alle altete Lehrmethoden, soziale... Was in aller Welt hat ein Nomen mit einem Dreieck zu tun? Was? Warte, habe ich einen Satz falsch gelesen? Was in aller Welt hat ein Nomen mit einem Dreieck zu tun? Hä? Ich ralle nicht mal. Was hat denn das mit einem Dreieck zu tun? Ursachen von Bildungsungleichheiten? Ja, keine Ahnung. Also ich finde auch so, also überhaupt zu wissen, wie Sachen in der deutschen Sprache teilweise heißen, ist auch so worthless. ne? Also, dass man irgendwie weiß, was ein ein Possessivpronomen ist. So, ist mir doch scheißegal und hilft mir im Leben echt nicht weiter, einfach den Namen von dieser Sache zu wissen. Einfach egal. Einfach egal. Weiß später sowieso niemand mehr. Weiß niemand mehr. Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen von Richard David Precht, wo er wo er das, also einen Raum voller Akademiker gefragt hat. Da hat er einfach, der hat nicht gefragt, was ist ein Possessivpronomen, sondern er hat halt ein Wort gesagt. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ein Possessivpronomen ist, aber dann irgendwie, ne, er hat so ein Wort gesagt, so der, das, dem, vom, weiß ich nicht und hat gesagt, was ist das? Was für eine Gattung Wort ist das? Und ohne Scheiß, im ganzen Scheißraum von Akademikern wusste es halt keinen Schwanz. Also wusste halt niemand. Wow, cool. Ungleichheit. Wie unnötig, wie worth. Und dann an dem Punkt, finde ich, kann man es schon wertlos nennen. Dann kann man dieses Wissen, sich das drauf zu schaffen, um das nachher nicht mehr zu wissen, nicht zu brauchen, nicht zu wissen, an dem Punkt liegt es schon nahe zu sagen, oh, das war aber wertlos, da hätte man was anderes machen können in der Zeit. Ein unfaires Notensystem, fehlende Digitalisierung und überhaupt die Aufteilung der verschiedenen Schulformen stehen in der Kritik. Simplicissimus hat dazu auch ein sehr ausführliches Video gemacht, was ich euch wärmstens empfehlen kann. Ja, das war gut, das haben wir auch im Stream geguckt, glaube ich. Bei all der Kritik an den Lerninhalten und dem, was Leistungsdruck in der Schule psychisch mit einem machen kann, ist es umso interessanter zu schauen, was eigentlich schon für besondere Fächer neben Mathe und Deutsch unterrichtet werden und was für alternative Ansätze ist. Einer im Chat sagt, Grammatik ist nicht wertlos. Ich habe auch nicht gesagt, dass Grammatik wertlos ist, aber wenn die Benennung von einer bestimmten Wortgattung wichtig ist, dass du weißt, wie das heißt und später ist es nie wieder in deinem Leben wichtig, dass du weißt, wie das heißt und es kommt nirgendwo mehr vor, das wissen zu müssen und deswegen wissen auch Akademiker, ein Raum voller Akademiker, das nicht mehr. An dem Punkt sollte man mal zweifeln, ob das so wichtig war, dass die alle das irgendwann mal auswendig gelernt haben. Mich würde mal mega interessieren, welche Fächer ihr euch so in der Schule gewünscht hättet. Haut es mal gerne in die Kommentare. Einer sagt doch als Lehrer. Stimmt, als Lehrer ist es wichtig. Einfach was. Wenn du Deutschlehrer nachher bist und Deutschlehrerin, dann ist es wichtig. Was ich mir sehr, sehr gerne in der Schule gewünscht hätte, wäre glaube ich, Selbstreflexion. Dass man sich mit Psychologie auseinandersetzt, lernt menschliche Verhaltensmuster zu verstehen und Glaubenssätze beleuchtet. Im Prinzip ein Fach, das einen in der Zeit der Pubertät näher zu sich bringt und hilft, sich selbst besser zu verstehen. Und was ich auch mega wichtig gefunden hätte, er nimmt... Jemand fragt, ist es wichtig, die Formel eines Grafen zu kennen? Ja, pass auf. Ich finde, dass bei Mathe es nicht darum geht, jemanden auszubilden, die Formel eines Grafen zu kennen, sondern logisch Denken zu üben. Und ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, dass logisch Denken zu üben wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll ist, weil es dir hilft, abstrakt Lösungen zu finden. Und das, darum geht es eigentlich bei Mathe. So. Wie aber gerade gesagt, kannst du Mathe algorithmisch beibringen, nämlich du sagst, wenn eine Formel so aussieht, dann mach Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dann bist du fertig. Da hast du nichts logisch gelernt. gelernt. Dann hast du einfach nur gelernt, wenn das so aussieht, mach ich das. So. Das ist wie dann auswendig Lernen. Deswegen kommt drauf an, wie man Mathe macht. Mathe kann sehr wertvoll sein, finde ich. Nährung und Fitness. Wie decke ich meine Nährstoffe? Ja, das spricht der Informatiker. Ich weiß, ich bin biased. Ich weiß, ich bin da nicht neutral in dieser Sache. Ich finde, aber logisches Denken sollte mehr Schwerpunkte haben. Wie entwickle ich ein gesundes Essverhalten? Was braucht mein Körper? Da habe ich nichts von gelernt. Nix. Fitness gab es doch im Sportunterricht, wenn man Völker spielen musste und immer irgendwelche Bälle in die Fresse bekommen hat. Ja, das hat mich fürs Leben auf jeden Fall geprägt. Ich habe mehrfach Bälle an den Schäden bekommen und das hat mir nicht gut getan. Ich glaube, einmal hatte ich sogar eine Gehirnerschütterung. Sie glaubt, sie hätte eine Gehirnerschütterung. Sie ist nicht immer mehr sicher, weil sie hatte ja eine Gehirnerschütterung. Oder ein Fach, wo man alles zu Finanzen lernt. Wie man mit Geld umgeht und wie man investiert. Klar, das sind alles Dinge, die man sich selbst draufschaffen kann mit eigener Weiterbildung. Damit habe ich in der Uni-Zeit übrigens auch selbst angefangen. Aber überlegt euch mal, was das für ein Game Changer wäre, wenn man sowas schon in der Schule lernt. Oder wenn man in der Schule lernt, wie man sich etwas selber draufschafft. Imagine, das ist eigentlich der wichtigste Skill. Das ist von allen Sachen der wichtigste Skill, dass du weißt, wie du etwas dir selber ohne Hilfe draufschaffst. Damals wusste ich nichts zu diesen Themen. Dass es überhaupt eigene große Themenfelder sind. Und wie gesagt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass die Eltern einem das alles beibringen können, geschweige denn überhaupt das Privileg hatten, das selbst zu lernen. Wenn beispielsweise nicht genug Geld da ist und das Wissen zu Finanzen fehlt oder aber die Sprachkenntnisse auf einem ganz anderen Stand sind. Das Coole ist, tatsächlich gibt es schon einige Schulen in Deutschland, die im Stundenplan nicht nur Physik und Englisch stehen haben. Es gibt beispielsweise das Schulfach Glück. Das wird in ca. 40 Schulen in Deutschland unterrichtet. Meine war leider nicht dabei. Das Ziel des Fachs sind Zufriedenheit und Lebenskompetenz. Dazu zählen dann Sinnfindung, Geborgenheit, soziale Beziehungen, selbstbestimmtes Handeln, Selbstakzeptanz, Umweltbewältigung und die persönliche Weiterentwicklung. Also, ich finde, man kann das wenig haten. Also, ich finde, es gibt einige Sachen in der Schule, wo man nicht sagen kann, dass die wichtiger wären als das. Also, ganz ehrlich. Oder das Fach Alltagskompetenzen. Das wird bisher nur in Bayern unterrichtet und Inhalte sind neben Ernährung und Gesundheit auch Umwelt- und Verbraucherverhalten. Da gibt es weltweit wirklich megacoole und interessante Fächer. Über Lebenstraining und Outdoor Education in Australien, Neuseeland und Kanada oder Glück und Meditation in Bhutan und Indien. Das soll einfach zeigen, es gibt Fächer, die weitergehen als die bekannten Standardfächer und wie cool wäre es erst, wenn die dann irgendwann auch einfach Standard sind. Oder aber das... Ich glaube, das wird auch gar nicht mehr so lange dauern, weil das Schulsystem ist ja ein sehr, sehr... sich schnell weiterentwickelndes. Also, wir wissen alle, dass... Nee, ich kann das nicht mal sagen, ohne dass ich lachen muss. Ja, es wird leider auf unbestimmte Zeit sich da nicht viel dran machen, weil unser Schulsystem halt sich nicht so schnell weiterentwickelt. Es ist schon sehr slow, wie es sich weiterentwickelt. Uiuiuiui. Das Schulsystem in Ländern wie... Also... 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 Wir sind ja nicht mehr in der Digitalisierung wie angekommen im Schulsystem. Also nur, um euch das klarzumachen, was wir... Ich auf der Arbeit benutze, oder wir auf der Arbeit, ich und mein Team, wir benutzen zum jetzigen Zeitpunkt schon in unserem Arbeitsalltag GPT-4 oder so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail schreibe, dann schreibe ich nicht die E-Mail, sondern... Letzte Hobby-Loss-Folge war Strange. B. Wigner, danke dir für die Doni. Äh, nee, wir haben keinen Bief, das war ein Joke, Digga. Ähm, wir benutzen, äh, sozusagen AI, um Dinge schneller zu schaffen. Also, wenn ich etwas rausfinden will, wenn ich etwas klären möchte, dann schreibe ich keine E-Mails selber, sondern ich sage, ich sage sozusagen, na, AI, bitte schreib mir eine E-Mail, wo du das und das machst und die AI schreibt mir die E-Mail und ich muss den Skill mir aneignen, wie ich den Prompt schreibe, damit die AI genau das tut, was ich gern möchte. Das ist ein Skill und den eigne ich mir an und den eignen wir uns an und deswegen sind wir viel schneller in bestimmten Dingen. Und bis das, dass du lernst, wie du mit AI umgehst, im deutschen Schulsystem ankommt, glaube ich, glaube ich, ist die Menschheit vielleicht schon ausgestorben, keine Ahnung. Das dauert Ewigkeiten, das dauert Ewigkeiten. Also, das wird noch sehr, 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 sehr lange dauern. Naja. In Finnland, wo die Schultage kurz sind, ist viele Pausen. Wir können ja mal, wir können ja mal messen. Vielleicht erlebe ich es in meiner Lebenszeit noch, dass das passiert. ... draußen gibt, in denen Kinder draußen spielen können und freie Nachmittage mit wenig bis gar keinen Hausaufgaben, um Hobbys nachzugehen oder sich mit Freundinnen zu treffen. Immer mehr Eltern schauen nach Alternativen zu einer durchgetakteten Kindheit und dem System, wie wir es kennen. Die Zahl von Waldorfschulen, in denen es keine Noten und kein Sitzenbleiben gibt, nimmt beispielsweise zu. Auch die Montessori-Pädagogik, die ebenfalls auf Noten verzichtet und für Freiarbeit ist, ist immer beliebter geworden. Alternativen und Lösungen existieren also. Wir lassen kein, das haben wir schon immer so gemacht, mehr gelten. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Das scheint... Ja, ich glaube, das ist auch bei in irgendwie den skandinavischen Ländern, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welchem skandinavischen Land ist, glaube ich, bis zur 10. 19. Klasse oder so, gibt es keine Noten. Also gibt es keine Zahlenwerte als Noten oder halt Wortreihen als Noten. ... heute leider noch oft genug, die Devise zu sein. Ich meine, wenn dann LehrerInnen in den Augen mancher zu gute Noten vergeben. Chat sagt Schweden, Finnland, Norwegen. Danke, ihr helft. Ich sag, ich bin mir nicht sicher, welches skandinavische Land im Chat stehen alle. Okay, dann... Dann das, was Chat sagt. Dann passiert das. Wir werden genötigt, Versager zu produzieren. Äh, fühlt sich genötigt, Testaufgaben so zu konstruieren, dass mit Sicherheit ausreichend Vierer, Fünfer und Sechser rauskommen, damit vor dem Komma des Klassenschnitts endlich mal eine 3 steht und sie vor der Rektorin nicht behandelt wird wie ein störrischer Esel. So stupid, Digga. Es ist so stupid. Ich kann das, ey. Aber das hat in dem Video von Simplicissimus dazu, war das ja auch sehr, sehr strong, weil die da erklärt haben, was alles Einfluss auf Noten hat. Also es wird da, ne, auf der einen Seite wird so getan, dass gesagt wird, Noten sind halt, die quantifizieren dich, ne, die geben dir und deiner Leistung und, ne, wie gut du bist eine klare Zahl. Dann hast du Klarheit, jeder hat Klarheit, wie gut du bist. Aber das Ding ist, dass halt die Note nicht nur davon abhängt, wie, ähm, wie gut du bist, sondern zum Beispiel auch, wie die Klassenleistung ist, so wie es hier steht, ne. Also wenn alle in deiner Klasse gut sind, dann werden alle ein bisschen schlechter gestuft, damit der Notendurchschnitt, äh, schlechter ist, damit nicht alle gut sind, weil es dürfen nicht alle gut sein. Oder, äh, das Geschlecht wirkt sich auch aus. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber hat, hat, äh, hat Simplicissimus in ihrem Video, äh, gesagt. Ich glaube, Männer werden im Durchschnitt, also wenn du einen männlichen, wenn, wenn du Mann bist sozusagen oder wenn du ein Junge bist, dann wirst du im Durchschnitt für dieselbe Leistung, äh, schlechter benotet als, äh, als Frauen. Ähm, auch natürlich, äh, Stimmung vom Lehrer oder der, von, 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 von der Lehrerin wirkt sich aus. Auch die Reihenfolge, wenn, wenn die Lehrperson eine gute Arbeit hat, eine sehr gute, und die, die direkt danach im Stapel bist du, dann wirst du tendenziell schlechter benotet, weil der Lehrer ja sozusagen geprimed ist, gerade auf was Gutes, sozusagen der, das Empfinden ist, ähm, ist, äh, äh, ist dann so. Das heißt, es gibt so, und es gibt noch viel mehr Gründe, natürlich auch Herkunft und sowas spielt da auch mit rein, also es gibt ganz, ganz viele Aus, ganz viele Auswirkungen auf die Note und dafür finde ich dann halt so eine Note dann so worthless, wenn man schon sagt, ey, wir wollen hier was in einer Zahl quantifizieren, aber die Zahl sagt so unglaublich wenig aus, ja, dann lass doch die scheiß Zahl weg. Worauf wir uns hoffentlich einigen können, dass es sehr viele Probleme in unserem Schulsystem gibt und das zahlreiche SchülerInnen psychisch extrem belastet. Ja, nicht nur Schulen machen Kinder krank und nicht nur der Leistungsdruck ist dafür verantwortlich, dass es zu Depressionen kommen kann. Aber die Mischung aus all diesen Punkten, die Teil dieses Videos waren, können gemeinsam definitiv dazu beitragen. Schulen sollten nicht einfach nur darauf ausseilen, den Kindern und Jugendlichen das bestmögliche Allgemeinwissen mit auf den Weg zu geben, sondern vielmehr auch darauf achten, dass man lernt, wie man selbstständig, kritikfähig. Jemand fragt, würdest du sagen, dass der Beruf Informatik in den nächsten Jahren sterben wird, wegen den neuen AIs? Nee. Es gibt andere Sachen, die durch AIs viel eher ersetzbarer sind als Informatik. Was AI kann, sind halt simple Webseiten schreiben oder so, aber das ist nicht der Hauptteil von den Leuten, der Hauptteil von dem Job, was Informatiker machen. Viel wichtiger ist, also es werden Jobs sozusagen weniger werden, es wird neue Jobs geben. Ich glaube, viel wichtiger ist, sich vor Augen zu halten, es ist halt eine neue Technologie. Zum Beispiel, als du als Computer neu waren, dann konnten sich Illustratoren, zum Beispiel, also Leute, die Logos gemacht haben und Leute, die irgendwelche Layouts gemacht haben oder so, die konnten sich entscheiden, werden sie weiterhin ihre Logos nur mit einem Stift und einem Blatt Papier gestalten oder werden sie das auch digital machen? Konnten sich Leute entscheiden. Und wenn du heutzutage dir ein Logo designen lässt, lässt du es dir wahrscheinlich von einem Illustrator machen, der die Technologie angenommen hat und gesagt hat, ich benutze PCs, ich benutze einen Rechner, um meinen Job mit dieser Technologie weiterzumachen. So, und mit AI wird es genau dasselbe sein. Leute nehmen es entweder an oder nicht, Leute werden entweder das benutzen als, ähm, äh, als Tool, was halt da ist und es wird bestimmt Leute geben, die das nicht annehmen als Tool, so, und, äh, das ist dann halt für jeden eine eigene Entscheidung, ne? Wer zu bewusst und verantwortungsvoll wird und mit selbstständig ist nicht gemeint, dass man alleine ein Gedicht analysieren kann, sondern wie man seine soziale Seite stärkt und vor allem seine Stärken lernt einzusetzen. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Unser System ist also darauf ausgelegt, dass SchülerInnen den Fokus sehr stark auf sich selbst richten und die Besten sein sollen. Gleichzeitig sollen sie aber teamfähig sein und miteinander kooperieren. Doch wenn sie sich zum Beispiel zu Hause um die Geschwister kümmern oder für ein pflegebedürftiges Familienmitglied da sind, beachten wir das zum Beispiel gar nicht. Stimmt, das wird nicht benotet. Das macht einfach deine, also dann sind deine, werden deine Noten schlechter und das ist schlecht. Also alles, was nicht gemessen wird, ist halt, ist das Feedback natürlich, ist halt schlecht. Deshalb sollten wir uns langsam aber sicher fragen, welche Leistungen erkennen wir an und ist das noch zeitgemäß? Und auch Eltern sollten sich fragen, ob eine schlechte Note wirklich so schlimm ist. Es gibt tatsächlich wichtigere Dinge als Schule. Immerhin sind Noten nicht mehr ganz so ausschlaggebend für die Zukunft wie früher. Es gibt so viele andere Wege als das Abitur um beispielsweise zu studieren und man muss auch nicht unbedingt studieren. Viele Eltern haben halt noch dieses alte Schema im Kopf und ich sage jetzt nicht, ey, lasst uns jetzt einfach alle schlechte Noten schreiben und die Schule schwänzen. Aber so wie es jetzt ist, kann es ja anscheinend nicht der beste Weg sein, wenn es so vielen SchülerInnen so schlecht geht und sie sich permanent so krasse Gedanken und Sorgen darüber machen, was passieren wird, wenn sie diese eine Prüfung nicht schaffen. Es wäre so schön, dass sowas in Zukunft einfach nicht mehr als Normalität empfunden wird. Ja, ähm, fand ich ein gutes Video von, ähm, von Brust raus, äh, nices Video, äh, das war jetzt das erste Video, was wir im Stream geguckt haben von Brust raus, äh, subscribe gerne den Kanal. Guck mal, der hat noch nicht mal die 100.000 voll. Können wir nicht da eben mal die 100.000 voll machen? Das ist wirklich ein guter Kanal. Das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht im Stream, ne? Aber ich finde, guck mal, da sind jetzt gerade 95.000 Subscriber, 95.400. Leute, ihr fandet das Video doch safe auch strong. Da können doch ein paar von euch mal einfach bei YouTube Brust raus eingeben und subscriben und dann wird das ein bisschen geboostet. Das ist doch, ähm, äh, wäre doch eine gute Idee. Guck mal, die, die, die Nadine, ähm, hat hier auch drunter geschrieben, die kennen viele wahrscheinlich von, von, von TikTok. Sie hat auch geschrieben, die Schule hat mich so kaputt gemacht. Danke für das Video. Ich bin so froh, dass die Zeit vor, vorbei ist. Ja, ja. Der Nächste schreibt auch, die Schulzeit war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich bin jetzt 27, immer noch froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich schließe mich dem an, ähm, kann das auch nur bestätigen, äh, like jetzt noch das Video und, äh, ja, äh, subscribe gerne, äh, lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, vielleicht sind jetzt schon ein paar hundert mehr Subscriber. Äh, ja cool, wir haben jetzt gerade irgendwie 1500 mehr Subscriber hier drauf, drauf gekriegt. Jetzt sind es, äh, 96.800. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Hahaha. Hahaha. Musik 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 Musik